hey leute was geht ab und herzlich willkommen wieder zurück zu meinem kanal ja ich dachte mir in letzter zeit was es so für berühmte sachen gibt so eine art trends und ja da kennen nicht was weiß ich nur die borde flip challenge die es gibt auf jeden fall richtig viele sachen deswegen dachte ich mir warum zocken weil das mal nicht einfach ich weiß nur da in diesem spiel müssen wir halt die flasche drehen wäre auch dumm wenn nicht ne und ja ich würde sagen wir fangen direkt mal an ich glaube ich habe die lautstärke okay ich habe die zu hoch glaube ich aber ich höre keine musik warum höre ich keine musik hat doch okay ich höre sounds aber keine musik okay what the fuck okay okay das ist etwas schwerer als gedacht oh mein gott hey ich darf gar nicht so weit machen der tag mich soll das da dahin machen okay das klappt wirklich ich brauche ein paar versuche ich kann das nämlich gar nicht spielen oh mein gott leute fuck was oh mein gott oh mein gott ich dachte schon wir müssen wir von vorne anfangen die steht doch gerade really auf dem tisch alter wow wie knapp das war okay 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 ich habe kurz okay ein bisschen höher oh mein gott ich habe ich hätte ran so müssen habt ihr das gesehen leute what the fuck die stand unten gerade oh man kann man kein freien modus machen gucken wir mal okay nein mehr games raiders nein wir wollen nicht okay mit zehn flips kann man anschauen okay geiler sound was ist denn andere farbe oder was und ich verarschen yo waschein what the fuck was ist das denn alter yo ja wie soll ich das denn machen ein deckel auf den deckel wer das schafft ne respekt oh mein gott ich muss das genau gerade machen also und das ist oh mein gott oh mein gott wollen die mich verarschen okay was ist das okay hier kann man wohl freien modus machen 1 boom 1 boom bitch hey fail nein sollen wir mal versuchen dass das auf dem deckel landet oh mein gott sogar fast abort oder wo haben wir ein dass das was ist und ein was ist 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 was Ah, kein Highscore. Boom, zwei Highscore, man. Ein Applaus, bitte. Nein, okay, zwei. Jetzt versuchen wir... Wenn ich zwei geschafft habe, dann versuchen wir drei. Oh, man. Eins, langsam habe ich den Gerät drauf. Zwei. Drei, ja, Mann. Oh, shit, zu viel. Was? Was stand da? Ah, okay, wir können einen freischalten. Wir dürfen freischalten. Wenn du weg bist, du. Ja, eine Milchflasche. Gönnen wir uns. Ich kriege 100, wenn ich die Seite like. Alles klar, gefällt mir schon. Alles klar. Ich habe... What? Hä, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Jo, mit der Milchflasche klappt das viel besser. What? Die steht doch gerade. Aber nee, wir wollen kein Video schauen, denn das ist Zeitvertreib. Ey, mit der Milchflasche ist das so geil, ne? Da ist das irgendwie viel besser. Oh, zu hoch. Komm, jetzt. Zack, ganz leicht. Oh, Mann. Bisschen fester. Okay, nein, das war noch nicht fester. Bisschen fester. Bisschen fester. Bisschen fester. Oh, Mann. Wir müssen viel schaffen. Jo, fehl. Gehen wir mal auf den anderen. Sag nicht, wir müssen jetzt von da nach da auf den Deckel landen. Geht das überhaupt? Jo, das geht wirklich. Als ob ich das jetzt schaffen muss. Jo, nochmal geschafft. Ah, schade. Oh, zu weit. Oh, voll dazwischen. Jetzt aber. What? Ja. Ops, okay, okay. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, mein Gott. Bleib doch mal stehen, weißt du, was andere... Okay, ich kann was frecheln. Okay, ähm... Sollen wir in der Mitte das... Die rechte Seite machen? Also, das hier oder das hier. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht. Machen wir den. Ja, Mann. Geil. Regenbogen. What? Oh. Okay, ich habe den Schatten noch gesehen. Das ist doch mal was, ne? Gönn dir. Scheiße. Hä? Schafft man das überhaupt? Warte mal. Wir versuchen das erstmal so. Okay, klappt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Digga. Ah, okay. Ich kann erstmal langziehen. Ups. Und dann machen Beispiel so und dann so. Zack. Ne? Und dann machen wir... Brr. Okay. Sorry für die Werbung. Ich habe es mir erst heute heruntergeladen. What? Oh, mein Gott. Yes. Wenn es höher geht, habe ich so Schwierigkeiten. Ey, wir sind schon Level 5. Komm, Leute. Wir haben schon das 5 Mal geschafft mit 100 Versuchen oder so. What the fuck? Boom. Oh. Immer diese Werbung. Viel zu viel Werbung. Oh, Mann. Ja, wir müssen mindestens Level 7 schaffen. Komm, das müssen wir doch mal schaffen. What? What? Die steht auch... Falls ihr es nicht gesehen habt, spult nochmal zurück. Alter, ich habe es selber gesehen, ja? Soll ich es so machen oder was? Obwohl, das wäre gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Komm, ich habe das schon mal berührt. Krasse Sache. Boah, dreimal Werbung in eine Minute. Ah, egal. Gehen wir... Ah, das wird doch nicht schwer. Das ist doch easy. Also, ist auf jeden Fall einfacher, als diese Level zu machen, ne? Guck, hier haben wir ein, hier haben wir ein, hier haben wir zwei, hier haben wir drei, hier haben wir vier, hier haben wir fünf, sechs, nein, sechs. Ey. Das ist aber auch leicht, muss ich sagen. Dieser Mode, sage ich mal, ist einfach. Sollten Sie mal lassen. Nein. Na, egal. Ich würde sagen, das war es mit meinem Video. Lasst eine Bewertung da. Ähm, ich weiß, es ging jetzt schnell mit, das Ende, sage ich mal. Aber, wie gesagt, lasst eine Bewertung da. Schreibt in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat, ob ich mehr, soweit ich hier Videos machen soll. Und dann würde ich sagen, bis später oder bis morgen. Ciao.